Sie sind hier, 5. Oktober 2018, 16.17 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Sascha Hildmann ist nicht länger Trainer bei der SG Sonnenhof Großasbach Urheberrecht, Getty Images, die SG Sonnenhof Großasbach braucht einen neuen Trainer. Nach einer Negativ-Serie und dem Aus im Landespokal ist für Coach Sascha Hildmann Schluss. Drittligist SG Sonnenhof Großasbach hat sich von Trainer Sascha Hildmann, 46, getrennt. Dies teilte der Klub aus Baden-Württemberg am Freitag mit. Der selbsternannte Dort-Klub war zuletzt nach sieben sieglosen Spielen auf einen Abstiegsplatz abgerutscht und im Landespokal am Verbandsligisten TSV Essingen gescheitert. Interimsmäßig wird Co-Trainer Slatko Blaskic das Team beim Ligaspiel bei den Würzburger Kickers am Montag, 19.00, betreuen. Von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017